Wie waren Ihre Eindrücke gestern? Wie waren Ihre Eindrücke aus allen Fachrichtungen, auch Leute direkt vom Fach, also aus den Intensivstationen, Intensivpfleger und so weiter. Also wir finden hier wirklich qualifizierte Menschen, die sich zu diesem Thema zusammensetzen und ganz ehrlich, wenn man den ersten Tag mitgemacht hat, dann weiß man, dass diese Dinge jetzt in der Öffentlichkeit auch eigentlich mal besprochen werden müssen. Denn es ist ja so, dass wir fast vier Jahre, ja ich sag mal, Übergriffe und Eingriffe akzeptieren mussten. Also schlimmster Natur mit Geschäftsschließungen, mit Impfkampagnen, mit Steuerplünderungen würde ich das jetzt mal nennen. Also in Milliardenhöhe mit Tests, mit 2G, Ungeimpfte mussten entsprechende Repressalien hinnehmen und so weiter. Und es wird in der Öffentlichkeit überhaupt gar nicht mehr untersucht, ob das jetzt alles richtig war. Und dieses schlimme Fehlverhalten der Regierung und natürlich auch der typischen Oppositionsparteien außer der AfD kümmern sich gar nicht darum. Das heißt also, man versucht vier Jahre einfach unter den Teppich zu kehren. Und das geht natürlich nicht. Deswegen bin ich der Einladung der AfD gerne gefolgt, weil es hier in einer quasi Öffentlichkeit besprochen wird. Es darf ja nicht live gestreamt werden in den Vorträgen oder in dem Raum selber. Aber es sind hunderte Leute da, die auch interessiert sind, die sich vorher akkreditiert haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich sehr auf den zweiten Tag. Und ich habe schon einige Bekanntschaften gemacht. Ich habe Aufsichtsräte kennengelernt, die hier sitzen. Also ich glaube, hier sitzen einige Menschen, wo viele sagen würden, ach, der sitzt auch da. Ach, der sitzt auch da. Und der sitzt auch da. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, wir müssen uns um das Thema mal kümmern. Also Sie hatten gestern auch die Gelegenheit zu sprechen. Und bei der Gelegenheit kam dann heraus, dass es wohl Menschen gibt, die Sie als Datensalatist bezeichnen. Habt ihr das nicht verstanden? Ja, Tino Sorge von der CDU ist Abgeordneter, Bundestagsabgeordneter. Er ist einer von dreien, die mich namentlich vom Rednerpult aus letztes Jahr, ich glaube, es war letztes Jahr, benannt haben und dann mit einer Beleidigung versehen haben. Und Tino Sorge hat dann vom Rednerpult gesagt, dass ich ein Datensalatist sei. Da kann man jetzt vielleicht im ersten Moment drüber lachen, aber es ist dennoch eine Beleidigung. Und das wird auch sicherlich noch Konsequenzen haben. Eine Apothekerin aus Bonn hat ihn angezeigt deswegen. Das hat man dort auch schnell unter den Teppich gekehrt. Ich lasse mir jetzt die Ermittlungsakte kommen und wir werden mal sehen, wie wir darauf weiter reagieren. Also ich finde, das ist sowieso der aktuelle Ton in den Medien, der noch nicht in dem Maße zurückgegangen ist, wie er hätte sein müssen. Wir wurden irgendwie als Verschwörungstheoretiker bezeichnet und Ähnliches in der Basis, in der ich Mitglied bin. Das ist natürlich auch alles völlig unsachlich, einfach aus der Luft gegriffen. Und ich habe es jetzt letztens gehört, das wäre ein sogenannter transformatorischer oder transformativer Journalismus, der da betrieben wird. Haben Sie davon gehört, dass sich Journalisten bei der BBC im Jahr 2021 zusammengetan haben, um zu besprechen, wie man die große Transformation jetzt am besten durchzieht? Nein, das konkret jetzt nicht. Aber ich kann ja erkennen und mitkriegen, dass die Medien, die es früher für uns, als wir aufgewachsen sind, die es für uns standardmäßig gab, dass die sich sehr stark abgewendet haben von der Wahrheit, dass viele Dinge von denen, die sie sagen, einfach nur noch ein Unterdrücken von Fakten und Wirklichkeit sind und ein Zurechtdrehen von Dingen, die sie irgendwie durch ihre Deutungshoheit immer noch versuchen, zurechtzudrehen. Aber der Wirklichkeit und der Wahrheit entgegen kann man das nur eine gewisse Dauer tun. Die Menschen merken das. Und ich muss auch sagen, auch hier ARD und ZDF, die Gebührengelder einsammeln, sind hier nicht zu sehen, sind nicht repräsentiert. Und da kann ich ja nur sagen, das spiegelt genau den Zeitgeist wieder. Diese Leute sind halt daran interessiert, alles unter den etwas schmutzigen Teppich zu kehren, damit es auch unter dem schmutzigen Teppich gar nicht auffällt. Wie kommen wir zurück zur Anwendung des Pressekodex? Ist Ihre Information wirklich auch mal in der Öffentlichkeit lang? Die Öffentlichkeit ist hier durch die vielen Medien, neuen Medienvertreter gegeben. Ich bin selbst sehr beeindruckt, wie viele hier sind. Gestern waren es bestimmt zehn oder zwölf verschiedene größere, kleinere Medien, die hier sich bemüht haben, alle Stimmen einzufangen. Und ich glaube, es ist ihnen auch gut gelungen. Und ehrlich gesagt, mich interessieren die anderen Medien überhaupt nicht mehr. Und so geht es ganz vielen Menschen auch. Und wir sehen ja auch schon, dass Bewegungen in diese Richtung gehen. Es gibt diesen Beitragsblocker.de. Ich glaube, zehntausende Leute sind da schon bei und kümmern sich darum, aus dem Beitragszahlungszwang herauszukommen. Ob das gelingt, weiß man nicht. Aber es ist zumindest eine klare Bewegung weg. Davon ist es eine Einbahnstraße. Also diese Medien sind nicht mehr die Medien der Zukunft. Ganz sicher. Also die alten. Ja, gut. Also es gibt ja noch den Versuch von Jimmy Jerome zum Beispiel mit Leuchtschirm ARD Druck aufzubauen, dass sie wieder zurückkehren zum Pressekodex, dass sie wieder unsere Medien werden. Er hält das für eine einmalige Chance, dass wir überhaupt einen Burgerfunk haben, den wir bezahlen. Damit müssten wir natürlich auch sagen, was dort gesendet wird. Halten Sie das für einen gangbaren Weg? Nein. Also wir müssen einfach die Alternativen parallel dazu weiter aufbauen. Ja, wenn man Lügner versuchen will, dazu zu bringen, dass sie nicht mehr lügen, dann kann man sich ja da sehr abarbeiten. Aber ich glaube nicht, dass das gelingt. Deswegen klares Nein. Gut. Haben Sie noch ein Schlusswort für mich? Naja, also wir arbeiten einfach alle daran weiter, dass sie sind ja auch hier, muss man ja ganz klar sagen, sie sind ja auch daran interessiert, wie solche Dinge besprochen werden. Und das Schlusswort ist, Demokratie kann es ja nur geben, wenn wir einander vertrauen können. Und wenn das Vertrauen, was bei den Menschen ist, nicht gespalten wird von Regierung und Medien. Und ich will das auch erklären, was ich damit meine. Wir haben vielleicht schon vorher, wir haben vorher noch alle miteinander reden können. Es gab zwar schon Themen, die konnte man nicht mehr besprechen. Man war dann schon radikal oder irgendetwas. Ich nenne jetzt mal Klimakrise oder ich nenne Migrationsthematik. Das war ja schon nicht mehr zu besprechen mit einem freien Geist, um zu sagen, ist das jetzt richtig, ist das falsch, kann man das anders lösen oder ist das so, wie es ist. Das war perfekt. Das war nicht mehr zu besprechen. Und jetzt bei Corona ist es noch schlimmer geworden. Das heißt, wir haben jetzt ganz viele Leute, die vertrauen der Medizin gar nicht mehr. Wir sehen das an den Fallzahlrückgängen in den Krankenhäusern. Wir sehen, dass da gigantische Fallzahlrückgänge sind. Das heißt, Menschen gehen nicht mehr ins Krankenhaus. Zweieinhalb Millionen im Jahr. Das seit vier Jahren jetzt. Seit der Pandemie haben wir einen so wahnsinnigen Rückgang an Fallzahlen, dass man von Pandemie überhaupt gar nicht nie reden konnte. In den Krankenhäusern jedenfalls hat die nicht stattgefunden. Das wird unterdrückt von den größeren Medien. Deswegen auch da ist wieder die Unterdrückung und die Lüge. Und auf der anderen Seite haben wir ganz viele Menschen, die vertrauen noch mehr jetzt der Medizin. Also wir haben eine Spaltung in das Vertrauen reingebracht oder die Regierung hat das reingebracht. Es gibt jetzt eine sehr große Gruppe zwischen 20 und 35 Millionen Menschen, die vertrauen nicht mehr der Medizin oder wenig oder gehen höchst ungern ins Krankenhaus. Und wir haben vielleicht 50, 45 Millionen Menschen. Und das ist ja quasi in der Mitte gespalten, fast in der Mitte gespalten. Die vertrauen jetzt noch mehr den Ärzten, die sagen, wenn die noch eine Impfung machen, dann gehe ich da auch hin. Also das machen natürlich, wie wir sehen, nicht 45 Millionen. Das machen nur zwei oder drei Millionen. Aber da wird der Keil reingetrieben und das darf nicht sein, weil wenn man sich nicht mehr vertraut, kann man auch nicht mehr miteinander besprechen, was man besprechen muss. Und das ist ein klarer Verdienst der Bundesregierung, die diesen Spalt und diesen Keil zusammen mit den Medien treibt. Das ist mein Schlusswort. Danke schön. Gerne. Vielen Dank. Vielen Dank.